Das Windows 10 Mai 2019 Update enthält einige Neuerungen. Diese haben wir euch in einem vergangenen Video bereits gezeigt. Auf die Neuerungen werde ich jetzt nicht nochmal näher eingehen. Falls ihr euch für das Update interessiert, dann klickt mal oben rechts auf die Infokarte. Dort haben wir nämlich das Video für euch verlinkt. Uns wird allerdings häufig eine Frage gestellt in den Kommentaren und diese lautet Wann erscheint das Update endlich? Und meine Antwort ist jetzt. Es ist soeben erschienen und ihr könnt es euch über Windows Update herunterladen. Allerdings nur, wenn ihr manuell nach Update sucht. Das heißt, wenn ihr die Einstellungen öffnet, zu Update und Sicherheit navigiert und hier dann auf den Nach-Update-Suchen-Button klickt. Dieser ist bei mir gerade nicht vorhanden, weil er installiert ja bereits Updates. Dann könnte es sein, dass das Mai 2019 Update mit der Versionsnummer 1903 auf eurem Computer auftaucht. Allerdings ist auch das noch nicht garantiert, denn Microsoft hat einige Upgrade-Blockaden eingebaut, da es einfach noch ein paar Kompatibilitätsprobleme gibt. Beispielsweise, wenn ihr Spiele mit älterer Anti-Cheat-Software installiert habt, dann könnte es sein, dass das Update nicht auftaucht. Ebenfalls könnte es sein, dass es nicht auftaucht, wenn ihr einen USB-Stick oder eine SD-Karte eingesteckt habt oder eine Creative Sound-Karte nutzt. Denn beispielsweise mit den Creative Sound-Karten-Treibern gibt es gerade solche gravierenden Probleme, dass es bis zu einem Blue Screen führen kann und sowas möchte Microsoft ihren Nutzer natürlich nicht antun. Außerdem werden Windows-Updates immer schrittweise ausgerollt. Das heißt, es wird erstmal einen kleinen Teil von Nutzern freigegeben und dann wird geguckt, ob irgendwelche Probleme auftreten. Falls ja, wird eine weitere Update-Blockade hinzugefügt, beispielsweise wenn es Probleme mit einer bestimmten SSD gibt. Und falls alles reibungslos abläuft, dann wird auch schon die nächste Etappe eingeschlagen und noch mehr Nutzer bekommen das Update. Falls ihr allerdings nicht warten möchtet und auch nach dem Klick auf Nach-Update suchen, wie hier auf dem Screenshot sichtbar, noch kein Update erhält, aber ihr wollt es trotzdem unbedingt haben, dann empfiehlt sich das Media Creation Tool. Das könnt ihr von dem Link herunterladen, welches in dem Artikel hier ist. Dieser Artikel ist in der Beschreibung verlinkt. Und hier könnt ihr einfach mal auf Windows 10 Download direkt link klicken. Und da lädt ihr auch schon das Media Creation Tool 1903.exe herunter. Und dieses Programm lädt uns die aktuellste Windows-Version herunter. Und da haben wir nämlich mehrere Optionen. Ihr könnt entweder das Upgrade jetzt für diesen PC ausführen, dann wird auf dem PC, wo ihr genau jetzt das Tool ausführt, 1903 installiert. Und das erfolgt genauso wie über Windows Update. Das heißt, alles ist sicher, der Prozess ist ähnlich. Beziehungsweise genau derselbe eigentlich. Und ihr habt noch die Wahl, ein Installationsmedium zu erstellen. Und das wäre eben ein USB-Speicherstick, eine DVD oder eine ISO-Datei für weitere Nutzung, beispielsweise auch für virtuelle Maschinen. Hier empfiehlt sich natürlich ein USB-Stick. Dann könnt ihr einfach Windows herunterladen. Da habt ihr auch die Wahl zwischen 32-Bit und 64-Bit oder eben beide Versionen. Das habe ich immer ganz gerne. Das könnt ihr auf einen USB-Stick packen. Und falls ihr mehrere Geräte zu aktualisieren habt, wie beispielsweise auch den Computer von eurer Mutter, euren Computer und auch eurer Notebook, dann könnt ihr einfach den USB-Stick einstecken, die Setup extra ausführen und dann wird das Upgrade auch schon durchgeführt. Und das war es auch schon mit dem Video. Falls ihr euch das Update jetzt herunterlädt, dann schreibt doch mal in die Kommentare eure Erfahrungen. Falls ihr euch für Windows interessiert und mehr Tipps haben wollt, beziehungsweise zukünftig auch über alle Neuerungen von den nächsten Updates informiert bleiben möchtet, dann lasst doch mal ein Abo da. Ich bedanke mich fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal.